Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Gelingt der 3-Punkte-Wurf, verwandelt der Libero den Body doch noch in einen Home-Run und sichert damit hafelfhaften Hausmokal? Genau, heute reden wir beim Tele-Stammtisch über Football und das tue ich nicht alleine, das tue ich heute mit dem Sven. Hallo Sven. Hallo! Sven, wie man jetzt schon in der Einleitung gehört hat, bin ich der absolute Fußball-Crack, American-Football-Crack. Ich bin ein absoluter Experte, ich kenne mich aus, ich liebe den Sport. Bei dir ist das nicht so, oder? Nein, außerdem ist Hufflepuff scheiße. Hufflepuff ist scheiße? Also, was? Ja, bei Hufflepuff sind die ganzen Lappen. Ey, sorry, aber bei Pottermore, dieser Website von Harry Potter, habe ich meinen Test gemacht, schon ein paar Mal und ich bin Team Hufflepuff. Ne, das ist mir schon klar. Was bist du denn dann? Slytherin? Wahrscheinlich, ja. Oder Ravenclaw, ich bin auch ein Lappen. Ey, ich habe jetzt, ich habe echt keinen Bock mehr über dieses Quarterback zu reden. Was ist das denn? Also, das ist schon mal ein Anfang. Sven, du weißt echt, wie man es einem verscherzt. Ich bin ein bisschen unfassungslos. Wieso? Kannst du einfach so mein Team hier dissen? Kennst du Hufflepuff doch gar nicht. Die haben doch noch niemals irgendwas gerissen. Ja, nur weil die nicht immer so prominent im Fokus sind wie Gryffindor oder so. Diese Streberschweine. Also wirklich. Na okay, komm, lass mal hier über Quarterback reden. Eine Netflix-Dokumentationsserie zum Thema American Football. Und ja, ihr habt wahrscheinlich die Finte längst gerochen. Ich habe von Football so überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Und ich war aber dumm genug, um jetzt zu sagen, komm, ich frage mal den Sven. Denn der hat Quarterback schon sehen können. Die Serie startet am Mittwoch, den 12.07.2023 exklusiv bei Netflix. Und Sven, auch wenn es mir relativ egal ist, aber ich muss dich trotzdem fragen. Was passiert denn, wenn ich Quarterback gucke? Worum geht es? Also, wir folgen in acht Folgen Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, Kirk Cousins von den Vikings und Marcus Mariotta von den Atlanta Falcons. Diese drei Quarterbacks sind Hauptbestandteil dieser Serie. Es geht um die Season bis hin zum Super Bowl. Da gibt es dann private Einblicke und Einblicke ins Trainingszentrum, viele Spielausschnitte und, und, und. Konnten die Macher denn wirklich richtig tief reingehen? Also, hatten sie, sage ich mal, die Zusage der NFL oder bleibt das dann eher an der Oberfläche? Weil, ähm, es gehört ja schon einiges dazu in diesem Sport. Können die, also, konnten sie wirklich in die Tiefe gehen? Ja, dadurch, dass die Serie von der NFL mitproduziert wurde, gab es da schon einen tieferen Einblick. Aber wer jetzt auf eine genaue Analyse und sonst was hofft, der wird schon etwas enttäuscht sein. Okay, NFL hat das, hat das gerade gesagt, hat das unterstützt. Ist da nicht auch ein bisschen die Gefahr groß, dass es dann vielleicht doch zu einer relativ, ich sag mal, unkritischen Dokumentation wird? Fast schon zu einer Art Werbung? Ja, ist es auch. Du wirst kein kritisches Wort über die NFL hören. Das ist da nicht. Es wird der Hauptaugenmerk natürlich aufs Team gelegt und gezeigt, was der Quarterback alles leisten muss, was das restliche Team leisten muss. Es ist einfach wirklich eine, ja, ähm, ja, das ist einfach eine, eine, eine Reise, die du begleitest. Die verschiedenen Folgen haben verschiedene Namen wie Mission und Psychokrieg und so weiter und so fort. Und wer da hofft, dass da mehr drauf eingegangen wird, gerade so auf diese Psychokrieg Aspekte, der wird leider enttäuscht. Die Sachen werden immer nur so ein bisschen angeschnitten und dann wird einfach gezeigt, wie die Season weiter für Kirk Cousins läuft, wie die Season weiter für Pat Mahomes läuft und, und, und. Also einen genaueren und kritischeren Blick nicht. Okay, aber hat die Serie es geschafft, dich denn, weil du bist ja Football-Fan, so ein bisschen zu hypen? Also hattest du danach wieder Lust auf die neue Saison oder war es für dich einfach nur so, ich nenne es mal Business as usual? Also, dass du einfach Sachen gesehen hast, die dir eh schon klar waren? Nein, es gab tatsächlich viel Sachen, gerade so diese Trainingsmethoden für den, für den Quarterback, davon wusste ich nichts. Es war auch mal ganz nett, einen privaten, kleineren Einblick zu bekommen, da sind sie doch schon relativ offenherzig. Und diese Trainingszentren haben mich immer wieder interessiert, wo ich gedacht habe, da würde ich gerne mal sehen, wie es da drin aussieht. Und da bekommt man auch einen Einblick. Das war schon interessant. Und ja, ich bin schon heiß auf die nächste Season. Okay, aber das wärst du auch ohne die Doku gewesen? Das wäre ich auch ohne die Doku gewesen, ja. Okay, für wen ist dein Quarterback jetzt, sagst du, am besten geeignet? Für Leute wie dich, die also von der Materie Ahnung haben, die da auch schon lange genug drin sind und auch wirklich große Fans sind? Oder könntest du dir vorstellen, dass selbst solche Nulpen wie ich, Team Hufflepuff, mit Quarterback was anfangen können? Oder glaubst du, dass ich vermutlich eine halbe Folge davon sehe und dann sage, okay, es interessiert mich einfach nicht, ich gucke nicht weiter? Boah, das ist schwer, weil es wird viel erklärt, aber wenn du mit dem Thema überhaupt nichts anfangen kannst, würde ich mich erstmal ein bisschen einlesen, falls einen das wirklich interessieren sollte. Weil wenn du die Grundzüge und das nicht irgendwie drauf hast, dann weiß ich nicht, ob dir die Doku einen unterhaltsameren Mehrwert bietet, als für die Leute, die sich auskennen. Ja, also die Bilder sind, das ist super gedreht, das ist alles mega hochwertig, du siehst die ganzen Hits, die der Quarterback dann auch gerne mal grassiert, gerade hier Kirk Cousins. Und das tut schon weh und man denkt, ah ja, aber ob das so der Reiz ist für die Leute, die sich damit nicht auskennen, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist wirklich was für Fans und für Leute, die sich ein bisschen auskennen und da einfach weiter tief in die Materie einsteigen wollen. Jetzt mal zur Einordnung, hast du The Last Dance gesehen, diese NBA-Doku über Mattel Jordan? Nein. Okay, die hat mich halt gesehen und ich bin auch kein großer Basketball-Fan, aber die hat mich zum Beispiel komplett vereinnahmt. Die habe ich wirklich relativ schnell durchgeguckt, das waren auch, glaube ich, zehn Folgen. Und deswegen bin ich ein bisschen am überlegen, ob ich Quarterback nicht auch eine Chance geben soll, denn wie gesagt, ich bin jetzt kein, ich bin nicht so der sportliche Typ, aber das war eine Dokumentation, die hat mich wirklich, ja, komplett überzeugt. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen am, ja, aussondieren, soll ich jetzt Quarterback eine Chance geben oder nicht? Was findest du denn, könnte für jemanden sein, der sich unschlüssig ist, was könnte das Nummer-Eins-Argument sein, um diese Serie zu schauen? Die Nummer eins, der gar nichts damit zu tun hat. Und da wird's echt schwer. Wie gesagt, sie ist gut gedreht. Sie ist wirklich sehr interessant, weil man viele Einblicke erhält, die man während der Season oder die in anderen Dokus jetzt noch nicht so vorkam. Oft wird gesagt, dass Football immer, also was heißt oft, was heißt auch irgendwie, oft wird gesagt, dass Football, ja, Sport für Hohlbeeren ist, weil das Einzige, was sie machen, ist die Köpfe aneinander rennen. Und das beweist die Dokumentation, dass es eben nicht so ist, weil die alle Spielzeuge, äh, Spielzeuge, Spielzeuge, weil die alle Spielzeuge wissen müssen. Und da geht's jetzt nicht nur um den Quarterback, sondern auch natürlich um das ganze Team und sich auf alles vorbereitet wird und das da, da steckt, das ist ein Fulltime-Job. Und wenn da die Familie nicht mitzieht, wird das ziemlich problematisch, weil, und das sieht man auch ganz gut in der Doku, dass es halt alles um den, jetzt in dem Fall halt wirklich um den Quarterback aufgebaut ist. Und, ja, sie haben eine ganz gute Mischung drin zwischen Privatleben und dann siehst du wieder Ausschnitte von den Spielen und dann siehst du, wie, wie wieder Kirk Cussons so dermaßen umgerannt wird, dass er auf dem Boden liegt, sich kaum bewegen kann und kaum Luft kriegt. Und dann laufen wir vorbei, alles gut, alles gut. Und dann sagt er, ja, ja, okay, gut, ich muss weitermachen. Das sind schon Momente, die einen, also die mich zum Beispiel schon gecatcht haben. Und du lernst halt auch ein bisschen, du guckst halt auch ein bisschen hinter die Leute. Und ich zum Beispiel bin, ich bin kein Patrick Mahomes-Fan, was jetzt nicht heißt, dass ich seine sportliche... Wieso, ist er Havelpuff? Der ist Team Mofa-Bärtschen. Der hat so einen kleinen Mofa-Bärtschen-Bart. Aber was jetzt nicht heißt, dass ich seine, und erst Team Havelpuff, dass ich seine sportliche Leistung nicht anerkenne, der Typ ist Bombe und wenn der nicht verletzt wird und sich Gottes Willen aus der NFL verabschieden muss, was ja auch manchmal relativ schnell gehen kann, dann wird der auch, der ist ja jetzt schon einer von den ganz Großen, dann wird es auch noch größer. Aber man lernt halt auch so ein bisschen die private Seite kennen und ja, vielleicht den einen oder anderen auch schätzen. Würdest du sagen, dass Quarterback am meisten interessiert ist an dem Business-Aspekt des Sports oder auch mehr an dem privaten, dem menschlichen Aspekt? Vom Business her halten sie sich schon so ein bisschen fern. Also du kriegst zum Beispiel jetzt nicht großartig erzählt, was jetzt zum Beispiel Patrick Mahomes verdient, wenn er noch zweimal diesen tollen Schuh in den Fernseher hält. Es ist eher so auf diesem, und da geht mir die Dokumentation einfach, ja sie will nicht so weit gehen, aber dadurch, dass du halt keine Schattenseiten groß siehst, du kriegst zwar auch mal mit Verletzungen hier und da, aber mit Geld und was man so alles unter anderem verdient, halten sie sich schon zurück. Es hat einfach diesen, wir als Team müssen funktionieren, wir geben niemals auf Aspekt, das Geld spielt da in der Doku nicht groß die Rolle. Und dieser private Aspekt... Da hängst du ein bisschen wie der Tele-Stammtisch. Genau. Und dieser private Aspekt, das hält sich ganz gut die Waage. Du kriegst, wie gesagt, immer ein bisschen was mit, auch so von den Kids und so, wie sie zu Hause sitzen. Mariotta zum Beispiel dann halt auch die Spielzüge mit seiner Frau durchgeht und dann siehst du dann halt auch wieder das darauffolgende Spiel und das hält sich ganz gut die Waage. Und wie gesagt, die Bilder sind Wahnsinn, das ist Hammer, du siehst tolle Spielzüge und wie sie halt auch mit Ding umgehen, mit Verlust und, also mit Sieg und Niederlage. Also da ist eine gute Waage drin. Es sind zehn Folgen, oder? Acht. Acht. Und wie lange gehen die so? An die 40 bis 45 Minuten. Okay. Und sagst du, es ist so in Gänze, ist es ganz okay? Oder sagst du vielleicht auch, es ist ein bisschen viel gewesen und hättest du dir vielleicht ein bisschen kürzer und kompakter gewünscht? Ja, ich hätte es mir auch tatsächlich, also ein klein bisschen kompakter und halt auch ein bisschen kritischer gewünscht. Weil es geht zwar auch um Verletzungen, aber ich weiß, die NFL hält da ordentlich ihren Finger drauf und angeblich heißt es ja immer, dass wohl der Spieler steht an oberster Stelle. Aber wie wir letztes Jahr auch bei den Miami Dolphins gesehen haben, war es ja auch so, dass der Quarterback da nach einer Gehirnerschütterung wieder aufs Feld geschickt worden ist vom Arzt. Und es hieß, es wäre alles okay gewesen und der stand da rum wie ein falscher 50er und wusste nicht mal, wo oben und unten ist und hat dann gleich nochmal einen ordentlichen Hit kassiert. Da wäre mir etwas Kritik schon lieber gewesen. Aber ja, sie macht trotzdem, als Fan muss ich sagen, ich wurde super unterhalten, auch wenn mir tatsächlich halt so ein paar Aspekte wirklich gefehlt haben. Also es klingt für mich, als ob Quarterback die Zelebrierung des Sportsfußball wirklich gut gemeistert, aber als vollwertige Dokumentation, die eben mehr bietet als in Anführungszeichen Werbung, dann doch eher hinter den Erwartungen zurückbleibt. Genau, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass sich jetzt jemand hinstellt und dann sagt, ja die NFL ist aber jetzt eigentlich auch nicht so ganz dolle, wie sie sich immer präsentiert. Das war mir eigentlich klar, weil das ja eine NFL-Sport-Serie ist, die sich dann Netflix in Zusammenarbeit geholt hat. Da werden sie sich einen Teufel tun, jetzt sich hinstellen und sagen, die NFL ist jetzt nicht so dolle, wie man es immer denkt. Ich hätte es mir tatsächlich schon ein bisschen gewünscht. Man findet auch ganz viel, was die Liga jetzt nicht so gut macht, aber was man einfach sagen muss, präsentieren können die sich 1a. Okay, Sven, ich glaube wir sind hiermit durch. Bei all der Aufregung jetzt hier oder bei all dem Gesagten sollten wir aber nicht vergessen, dass L. Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Und wenn du willst, kannst du gerne noch ein finales Fazit fällen, ansonsten kannst du auch einfach jetzt schweigen, deine Wahl. Ich hätte mir einen kleinen Ticken mehr gewünscht. Trotzdem ist es eine sehr interessante, sehr gut gemachte, produziert hochwertige Dokumentation. Das so ein bisschen auch hinter die Kulissen der Quarterbacks guckt, aber auch nicht hinter die Kulissen der NFL großartig. Wer also keine Kritik, sondern ein ordentlich langes Werbefilmchen schauen möchte, kann sich die Doku auf jeden Fall reinziehen und Fan werden. Ich freue mich auf die nächste Season. Vielleicht auch auf eine zweite Staffel mit neun Quarterbacks, die dann begutachtet werden oder denen man auf der Reise, die man auf der Reise noch begleiten kann. Ja, das war es eigentlich von mir. Okay, dann sind wir hiermit durch. Ich danke dir für deine Zeit und Expertise, lieber Sven. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Sven hat was gegen Havelpuff, das heißt, ihm solltet ihr nicht vertrauen, mir aber schon. Ich sage Tschüss und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Nur Havelpuffs zitieren den Elbande-Spruch, der wirklich schon dermaßen alt ist mittlerweile. Und ich schnappe mir jetzt meinen sprechenden Hut und gucke mal, ob ich nicht in ein besseres Haus komme. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.